Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Time to E-Bike. Ich bin der Thorsten. Auf diesem Kanal möchte ich Radreisevideos zeigen, entweder Tagestouren oder mehrtägige Touren, also Radreisevideos. Diese haben wir für dieses Jahr schon geplant. Was da kommt, lasst euch überraschen. Also bei Gefallen einen Daumen hoch, könnt ihr den Kanal natürlich auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.